so wir haben natürlich hier unser change to 1500 zu 1 man hat irgendwo war das oder war das doch auf der seite ich weiß es nicht hier man kann sich halt auch premium accounts kaufen und premium okay 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 also mit dem ist wahrscheinlich hier für echtes geld was man sich kaufen kann kannst du dir denn ein premium account kaufen und christ 50 prozent mehr credits at xp battle also mehr kohle und erfahrungspunkte in jedem spiel ist doch schön aber lasst mich raten ich habe immer noch keinen naja also naja na gut ich bin jetzt auch kein bin jetzt ja auch kein wir haben die ja ich will die schwester aber die das problem a hier das hatte ich noch gesucht 332 haben wir und 500 brauchen war wir haben gerade zwei spiele gemacht also brauchen wir ungefähr vielleicht noch mal ein zwei spiele dann haben wir höheres level vielleicht kriegen wir denn die schester für 60.000 ok wir kriegen sie nicht weil so viel geld werden wir nicht verdienen in ein bis zwei wir gehen ins nächste next battle also es ist je nachdem wie schlau man sich anstellt also ich bin jetzt da noch nicht so firm drin dementsprechend bin ich schnell dauernd wenn man natürlich ein bisschen ahnung hat da reingekommen ist sich mit den leuten so ein bisschen taktik vielleicht noch überlegt und 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 dann dauern die spiele schon ein bisschen länger als nur fünf minuten aber ich bin da ja ihr wisst alle ich bin da ein bisschen verplant bevor übereifrig so jetzt check ich erst mal aus wo meine ganzen kollegen hinfahren die waren natürlich alle hierhin ich bin natürlich jetzt hier mitten in der mitte das natürlich jetzt ich würde jetzt mal behaupten wir fahren jetzt mal da lang fahren mal ein bisschen weiter und da sehe ich auch schon den ersten in aller weiter mit zwölf kilometern und feuer naja das hätte mich jetzt auch gewundert hätte ich den getroffen jetzt dreh ich hier ab da muss ich halt auch erst einschießen wo muss ich hinziehen damit ich siehst du der nehme der hat den auch noch nicht getroffen das ist halt gar nicht so einfach besonders auf so einer hohen entfernung wenn er sind immer noch acht kilometer das hat so hoch jetzt werde ich von hinten abgeballert da der war zu weit ich glaube ich habe auch ein kleines problemchen hier gleich ich versuche trotzdem den jetzt hier noch zu kriegen ja getroffen ja 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 ste car ja 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 Wir wollen ja auch mal ein bisschen länger spielen als nur zwei Minuten im Pro-Game. Da hinten. Da. So, jetzt kommt ich hier mal wieder hin. Ey, das bist du jetzt nicht, oder? Leck mich doch am Arsch. Und nein, man kann sich auch nicht reparieren, falls jetzt die Frage aufkommt. Okay. Ich hab leider immer nicht so viel Schuss, das ist immer das Blöde. Yeah, getroffen. Ist das schon jetzt wieder ein bisschen zu hoch, guck mal. Nee, voll getroffen. Target Hits. Yes! Yeses Maria, wir haben gewonnen. Da das Team super gut war. Nicht wir, sondern das Team. Back to Port. Please. Da, 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 da. So. Wir sind auch gleichzeitig aufgestiegen auf Rang 2. Wir haben Random Battles und Credits Bonus. Ach, ist das schön. Wir haben jetzt hier 128.581. What the fuck? So, dementsprechend könnten wir uns auch, äh, ähm, so neues Büdchen. Freischalten. Nämlich das hier zum Beispiel. Oder Freikurfen. Frage ist gerade, weil ich das selber auch noch nicht gemacht habe, wie ihr merkt. Achso, hier kann ich Moduls machen. Hier gibt es sogar Premium Chips, die wir uns nicht angucken können. Hier kann man sogar noch, ähm, Moduls freischalten, dass man halt ein bisschen ist, ne? So, die kann man nochmal hier. Die hier zum Beispiel. Yes. Flushaum, oh boah. Yes. So. Haben wir uns das hier, neue Kanonen eingebaut und... Das nehmen wir hier auch noch. Damit wir auch noch ein bisschen besser sind. Yes. Wir haben bei dem alles, was wir haben können. Das ist halt, äh, man kann sich halt, wie gesagt, auch hier noch neue Moduls einbauen. Ich glaube, darauf zielt gerade das Spiel bei mir ab. Achso, geht anscheinend nicht mehr. Konnte ich, glaube ich, anscheinend nur bei einem machen. Okay. Stört mich auch nicht so wirklich. Aber ich würde mir gerne den hier kaufen. Hm. Ah, okay. Uns fehlen noch 720, äh, Sterne. Brauchen wir irgendwie. Und 708 besitzen wir leider nur. Deswegen geht das nicht. Jetzt verstehe ich das. Was auch immer die Sterne zu tun haben mit, weiß ich nicht was. Will hier gerade mal gucken. Hier hat es aber auch nicht irgendwas... Oder das sind hier die Erfahrungspunkte. Das kann natürlich unmöglich sein. Hier kriegen wir noch mal einen Credit-Bonus. Hier kriegen wir einen Free-Exp-Bonus. Und einen Free-Exp. Ach ja. Hm. Und dann kriegen wir noch einen Ship-Commander. Und, und, und. Und das wird ja interessant. Das wird, das wird mal interessant. So, wir hatten jetzt unsere Eerie auch hier paddelt. Und dann werden wir doch damit noch mal ins Battle-Game. Ne? Damit wir auch ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, äh, noch was machen können. Und dann, da sind wir noch mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020